Was soll man sagen? Es wird nicht besser. Der DAX zeigt absolut noch keine Stärke. Im Gegenteil, naja, das Positive kann man ja fast sagen, dass er zumindest das jüngste Tief, das Tief jetzt aus dem Oktober, noch nicht nach unten durchstoßen hat. Wir gucken hier auf den Index, hier auf Tagesebene. Da seht ihr, naja, er bleibt noch oberhalb. Wir hatten vor kurzem darüber gesprochen. Wir hatten ja zwei Varianten hier für den Stop. Die, die wir für uns am liebsten nehmen, die ist ja schon ausgestoppt worden. Dementsprechend sind wir hier raus aus der Geschichte. Auch beim Future sah das so aus. Wir sehen aber, dass für diejenigen, die die weite Variante, die sagen, es gibt noch eine letzte Chance, also noch ist nicht alles verloren, aber alles, was wir hier sehen, macht das Spaß aktuell. Wenn wir uns das hier mal angucken, im Fünf-Minuten-Chart beispielsweise, Schub runter, da kann man sagen, es ist so ein Gap. Ja, aber schneller als Gap geht ja nun nicht. Also wenn das kein Schub ist, weiß ich auch nicht. Also sehr impulsiv sieht das aus. Jetzt hier das alles korrektiv nach oben. So richtig Laune für Käufe verbreitet das nicht. Wir können mal auf den Future umsteigen. Und wenn ihr dann seht, es geht doch nach oben, Rüdiger, was willst du denn, alter miese Peter? Ja, aber es ist halt nun mal ein Korrektivmuster. Und wenn ich das vergleiche, die Abwärtsseite hier im Fünf-Minuten-Chart, die Aufwärtsseite, dann habe ich alles andere als ein gutes Gefühl mit, ne, ne, Bullisch, die sind alle, die mögen das. Ich weiß es nicht. Ich sehe es noch nicht. Was man ihm zugutehalten kann, ist, dass wir immerhin auch noch mal steile Flanken hoch haben. Auch hier jetzt zum Schluss war noch mal eine steile Flanke hoch. Aber ihr seht, dass auf der anderen Seite die Angsthasen immer noch da sind, nämlich steile Bewegung nach unten. Auch hier wieder. Das heißt, sobald mal hier irgendwie ein paar Leute Mut beweisen und sagen, ja, komm, wir versuchen es, alle mal in die Hände gespuckt, kommt die Gegenseite und nimmt das sofort wieder weg. Weil sie sagen, bloß raus aus dem Mist. Wir sind froh, dass wir da noch mal ein paar Cent auf der Aufwärtsseite hatten. Also alles, was ich hier sehe, ist, finde ich, nicht wirklich überzeugend für Käufe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf dieses Chartverhalten guckt, dass ihr sagt, naja, die anderen sind alle noch nicht entschieden, aber ich finde schon mal klasse, jetzt zu kaufen. Irgendwie habe ich den Eindruck, das ist nicht der cleverste Plan, den man haben kann. Aber was weiß ich schon? Für mich allerdings bedeutet das, Schub nach unten ist offensichtlicher, Korrektiv nach oben ist die offensichtlichere Richtung. Meine Erwartungshaltung ist, da geht noch was nach unten. Also die übergeordneten Szenarien, die wir angesprochen haben, dass wir hier in diese Box noch rein, die geht ja immerhin auch noch unter die 13.500 notfalls, 600, irgendwie so bis da runter. Ja, da müssen wir noch rechnen, das ist jetzt keine Ansage, dass er genau da hinfällt, aber eben in dieser Box sich weiter ausweitet. Wo er hier dreht, weiß ich natürlich auch nicht, aber es gibt keine Anzeichen, dass er jetzt hier ernsthaften Boden finden will. Ich sehe es zumindest nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind, aber die Begeisterung, egal auf welcher Zeitebene ich gucke, ist für mich hier nicht erkenntlich. Wie sieht es beim Dow aus? Da ist auf Tagesebene, ich habe hier nochmal auf Kerze umgeschaltet, seht ihr, wir haben bisher die Tageskerzen, bis auf diese eine hier, ist alles ziemlich eine klare Richtung. Es wundert uns nicht so sehr, hier hatten wir vor kurzem über genau dieses Ding. Das ist das, was wir eben beim DAX gezeigt haben, stark runter, also ist natürlich eine andere Stelle, ist auf vier Stunden Chart, das andere war eben fünf Minuten. Und der Markt fällt halt, was soll man sagen? Also aktuell, ich sehe keine Begeisterung für die Kaufseite. Was man ihm zugutehalten kann ist, dass wir so langsam aber sicher, das war jetzt, naja, sagen wir mal so, dass wir so langsam aber sicher zumindest mal so eine vorläufige Unterstützung, wir sehen, machen wir es hier im Tagesschar, da sieht man es vielleicht ein bisschen deutlicher, dass wir hier so eine Unterstützung nicht mehr so arg weit entfernt haben. Das heißt nicht, dass ich zwingend davon ausgehe, oh, da liegt jetzt eine Unterstützung, ein altes Tief, von dort wird er dann jetzt massiv nach oben gehen. Das ist nicht die Aussage, aber es besteht tatsächlich die Chance, dass wir von hier zumindest mal ein bisschen nach oben gehen. Blindlings zu kaufen an der Marke finde ich persönlich nicht attraktiv. Ich weiß, dass viele Leute sagen, du weißt du was, Rüdiger, was soll denn hier passieren? Ich kaufe hier einfach, setze den Stop von mir aus hier hin, das ist jetzt willkürlich, das ist nicht meine Strategie, aber ich setze den Stop hier einfach ein bisschen tiefer und wenn er dreht, dann bin ich ganz unten mit eingestiegen und habe relativ viel auf der Gewinnseite. Das Problem ist, weshalb wir das zum Beispiel nicht machen bei uns, ist, dass diese Tiefe, wie weit wir dann nach unten gehen müssen, die ist ja mehr oder weniger willkürlich. Ist das eine Prozentzahl, ist das eine Punktzahl, ist das eine Fingernageldickenzahl, wie viel Millimeter auf dem Screen das aussieht? Das ist sehr unkonkret und wir brauchen das natürlich, dass wir das konkret benennen können. Wir können jetzt schlecht dann sagen, nö, nö, jeder macht mal so, je nachdem, wie er die Fingernägel geschnitten hat, die Tiefe darunter, das ist natürlich nicht sinnvoll. Deshalb, wenn ihr damit liebäugelt, ach komm hier, ich bin eh bullisch und wir haben doch hier eine Chance auf den Dreh, dass ihr euch das hier in Ruhe anguckt, was da hier im Nahkampfchart passiert. Und wenn ihr hier im Nahkampf sowas seht, Schub hoch, wackele ich runter, dass ihr dann sagt, okay, dann versuche ich es, dann habe ich aber auch einen Tiefpunkt, den ich wieder konkret als einen Stop nehmen kann. Dann habe ich einen Einstiegspunkt und die Möglichkeit, zwar vielleicht nicht am tiefsten Punkt hier einzusteigen, aber vielleicht an einem durchaus sinnvollen Punkt hier den Einstieg zu finden. Ist nur eine Idee, ich will euch das nicht vorschreiben, aber so ist etwas, was wir machen. Das heißt, wir gucken immer, wo sind Wänden realistisch, wo sind sie wahrscheinlich. Das wäre jetzt zum Beispiel mal eine Marke. Fibonacci-Freunde würden wahrscheinlich hier noch eine Linie machen und würden sagen, guck mal, die brauchen wir nicht mehr. Da hat er ja schon mal so halbwegs gedreht, die brauchen wir nicht mehr. Da haben die Marktteilnehmer kaum Widerstand gezeigt oder Unterstützung in dem Fall. Hier haben die Marktteilnehmer gedreht. Die nächste, also zwischenzeitlich, ihr seht ja, das muss nicht bedeuten, dass es ewig geht. Wir haben ja gar nicht erwartet, dass es ewig geht, weil wir ja eher, ich mache es mal ein bisschen größer hier, dann seht ihr das besser, sorry. Wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass der Markt massiv jetzt steigt, weil wir ja wegen dieser Überschneidung eigentlich sowieso eher auf der Abwärtsseite orientiert sind gedanklich. Und jetzt haben wir hier sogar noch die Fibomarke, die 78 C6er. Also es gibt zumindest mal eine gewisse Chance, Mensch, vielleicht machen wir die Extension nochmal. Ja, vorsichtig, falsch gemessen, zählt nicht. Tiefster Punkt, höchster Punkt dieser Gegenbewegung. Und dann seht ihr, da haben wir hier die 127er Marke noch. Also ich sage mal so, hier in dem Bereich haben wir zumindest mal ein paar Linien nochmal. Das ist kein Beweis, dass der Kurs da dreht. Aber das ist eine Chance, dass Marktteilnehmer sagen, also soll ich es mal versuchen, dann machen sie das typischerweise an solchen Marken. Gerade wenn es da noch klastert, also Marken zusammenliegen, erhöht sich die Chance. Trotzdem für mich keine Idee, einfach blindlings hier lang zu gehen, das mag ich nicht. Zumal ich nicht die Erwartung habe, dass das das Bild ist. Sondern meine Erwartungshaltung ist ja durchaus eher abwärts gerichtet. Ich muss aber sagen, weil das hier so halbwegs fünffällig aussieht, wenn auch mit Überschneidung, kann ich mir vorstellen, dass wir zumindest, selbst wenn wir noch nur eine Korrektur hier nach oben kriegen, eine gewisse Chance haben, dass wir jetzt bald mal abprallen in diese Richtung. Also das würde ich gar nicht ganz ausschließen wollen und deshalb wäre das so ein Punkt. Man kann auch noch mal so ein bisschen mit ins Kalkül ziehen, wie lang war denn dieser Rücksetzer hier beispielsweise. Können wir mal gucken. Guckt, der liegt auch da. Also ihr seht, wir haben hier eine Menge Unterstützung. Aber für viele ist das, einzelne Marken drehen sowieso nicht den Markt. Auch viele Marken drehen, tun die Marktteilnehmer. Aber wenn Marktteilnehmer sagen, aber guck mal, jetzt haben wir doch hier Größenordnung, wo man sagen kann, das liegt hier eng beieinander. Ist nicht eine Chance, dass der Kurs dann hier irgendwo dreht. Die Chance ist da. Aber da möchte ich jetzt sehen, dass die Marktteilnehmer irgendwas tun. Das kann eine Wendekerze sein, das kann eben sowas sein, was wir hier haben. Achtet da drauf. Im Moment sehe ich das nicht. Jetzt im vorauseinigen Gehorsam hier long zu gehen, finde ich ein Wagnis. Um es so höflich mal auszudrücken, vom Wochenende erst recht würde ich definitiv jetzt nicht machen wollen. Aber behaltet das im Auge. Sprich, für diejenigen, die jetzt massiv Short sind, überlegt euch, wie ihr damit umgeht, wenn wir diese Zone erreichen, ob ihr Gewinne mitnehmen wollt oder ob ihr sagt, nee, ich lasse die Short-Position laufen, aber ziehe einen Stop enger ran, was auch immer. Also das sind jetzt so Überlegungen, denn hier ist eine Wende Chance, die sich im Moment aber noch nur als Chance und nicht als irgendwie was Tatsächliches abzeichnet. Interessanterweise, das haben wir gestern gemacht, das müssen wir jetzt nicht nochmal breittreten, hatten wir das beim S&P quasi ähnlich. Es kann auch sein, dass wir das nicht jetzt hier im Video gemacht haben, und da bin ich mir gar nicht mehr sicher, kann sein, dass wir das alleine dann später noch gemacht haben. Aber ihr seht, auch hier gibt es so ein gewisses Cluster auf dem aktuellen Niveau, 4-Stunden-Chart S&P 500, Future. Also da würde es mich auch nicht wundern, wenn der Kurs jetzt hier tatsächlich einen Dreh macht. Diese Größe, wenn ihr es nicht gut ablesen könnt, diese Box geht ungefähr 4.145, das ist mehr oder weniger das Tief, was wir jetzt hier hatten, im Future. Wie gesagt, übertragt das notfalls auf euren Kontrakt, was hier auch immer handelt. Und die Oberseite ist ungefähr 4.185 in dieser Box. Oder notfalls eben so um die 4.120 bis 4.180. Da wären jetzt nur nochmal Unterstützungshonen, wo ich ebenfalls einen Dreh mir vorstellen kann. Noch allerdings sehe ich keine Ambitionen. Hier hatte man schon mal eine Chance auf den Dreh, aber ihr seht, wie wichtig das ist. Der Teil ist super, er müsste korrektiv runterkommen, hat er nicht gemacht. Er ist impulsiv, also war uns klar, wir sind nicht auf der Käuferseite, was ja im Moment auch durchaus sinnvoll scheint. Also ja, die Chance besteht, dass das jetzt hier bald passiert, aber noch scheint kein Marktteilnehmer bereit zu sein. Und wenn die anderen nicht sich ins Zeug legen, dann werde ich da mein Geld erst recht nicht reinlegen. Ich bin da ziemlich pampelmuselig, die anderen sollen da loslegen, dann mache ich mit. Nasdaq, in dem Fall auch der Future, ebenfalls in dieser Unterstützungshone, die haben wir vor ein paar Tagen eingezeichnet. Also das ist jetzt keine hohe Mathematik, das sind einfach hier diese Symmetrien beispielsweise, die Extension. Genau was wir beim DAX gemacht haben, hatten wir vor ein paar Tagen hier beim Nasdaq gemacht. und haben gesagt, eine realistische Chance, dass wir hier runterfallen und eine realistische Chance, dass hier Marktteilnehmer nachdenken, ob sie jetzt wieder drehen oder ob die Marktteilnehmer sagen, ach, jetzt ist es so schön abwärts, jetzt bleiben wir auf der Short-Seite. Das werden wir noch sehen. Also das ist keine Ansage an dem Bereich, dreht der Markt, sondern es ist eine Ansage, in diesem Bereich denken die Marktteilnehmer nach. Ach, jetzt gucken wir doch mal in die Gesichter der Marktteilnehmer und überlegen mal, was haben sie denn bisher geleistet? Fünf Minuten Chart, alles noch doof. Das ist doch kein überzeugender Kurs nach oben. Für mich nicht zumindest, vielleicht täusche ich mich, aber das überzeugt mich noch nicht, mein Geld hier in den Markt zu schmeißen. Auch im Vier-Stunden-Chart, weiß ich nicht. Das kann natürlich besser werden, aber dann sieht es vielleicht so aus. Das, Pause, das, Pause, das. Ja, da bin ich nicht am tiefsten Punkt eingestiegen, macht aber nichts, weil die nächste Pause hier würde mir dann wieder sagen, ey, wir erwarten eine Wende, wir haben einen ersten Anstieg gekriegt, eine Korrektur runter, ich versuche mal nochmal long zu gehen. Ansonsten sehe ich hier kein Anzeichen dafür, hier irgendwie was auf der Kaufseite aktuell zu tun. Überzeugt mich noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, was soll man jetzt machen? Ich weiß, total unbeliebt, die Leute wollen ja immer hören, jetzt mach mal was und werd mal eben reich am Nachmittag. Für mich ist das so eine typische Situation, mal gucken, jetzt mach ich da gar nichts. Entweder die kriegen sowas hin, vielleicht kriegen sie auch eine Umkehrkerze hin, aber der Freitag war bisher so klein. Ihr seht hier diesen kleinen Pinockel da vorne. Einige, die sich mit der Kerzentechnik ein bisschen auskennen, wissen, das ist ein Harami. Das sagen die Japaner dazu, wenn vorne ein Bäuchchen ist. Also die Kerze hat vorne ein Bäuchchen, deshalb ist das so eine Harami-Formation, die ist aber nicht ganz so stark von der Aussagekraft. Ist eher ein Wendesignal, aber es hat nicht so eine hohe Aussagekraft. Darauf würde ich mich persönlich nicht so sehr, also nicht so sehr ist gut. Es ist für uns kein Einstiegssignal. Sagen wir es so, macht wie ihr denkt. Für uns ist es das aber nicht. So, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen, außer an dieser Stelle euch jetzt erstmal alles Gute. Toi, toi, toi für eure Entscheidungen und ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht ein kurzer Hinweis. Nächste Woche, nee, erstmal am Sonntag stellen wir die Uhrzeit vor. Nee, zurück, 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 zurück. Das heißt, in der nächsten Woche, weil die blöden Amis und die blöden Europäer das nicht hinkriegen, am gleichen Wochenende ihre Uhrzeiten umzustellen, haben wir in der nächsten Woche eine Stunde früher den US-Markt. Er fängt also um 14.30 Uhr an und geht bis 21 Uhr. Also insofern alles nächste Woche ein bisschen anders. Das Gleiche gilt für alle Wirtschaftsdaten. Wer also gewohnt ist, dass irgendwelche Zahlen um 14.30 Uhr kommen, die kommen dann in der nächsten Woche um 13.30 Uhr. Na gut, also das als kleiner Hinweis nochmal dazu. Euch alles Gute, liebe Grüße und ein schönes Wochenende.